Hallo Freunde analogen Unterhaltung. Da muss ich dich schon abwürgen. Wir haben gesagt, wir müssen erst herausfinden, wer euch begrüßen darf. Man kann nämlich den Startspieler-Kalender auch für alles mögliche andere verwenden. Für alles mögliche andere Kalender, unseren Startspieler-Kalender. Jetzt ist es soweit. Ja, guck mal, ach man, warum ist jetzt nicht 2. Januar? Das wäre ja Instant-Win. Nein, aber wir haben heute natürlich, wo wir dieses Video aufnehmen, ihr seht es natürlich ein bisschen später, ist aber Dienstag. Ja, hoffentlich seht ihr das jetzt schon am Mittwoch. Wir wollen, dass wir so schnell kommen. Dienstag ist Piet und Alex. Dienstag ist Piet und Alex Tag, heute der gute Alex. Wer zuletzt ein Brettspiel mit Deckbuilding-Mechanismus gespielt hat, was war dein letztes? Anna. Ja, wer auch, aber ich habe mit meiner Frau auch noch Dominion mal wieder gespielt. Und das ist erst vor 4 Tagen oder sowas gewesen. Okay, ja, ich habe leider keine Deckbilder mitgenommen über Weihnachten. Und jetzt willst du auch so tun, als wenn du keine Deckbilder mehr bei dir in deiner Sammlung hast. Nee, doch, ich habe noch welche, aber die habe ich nicht gespielt. Also, ich darf beginnen. Ja, hallo, Freunde. Und so weiter, ihr wisst es. Herzlich willkommen hier bei uns im Berlin-Con-Studio. Es ist mal wieder Zeit. Für ein Update. Und zwar natürlich gute Nachrichten. Ja, wir gehen eigentlich auf die Knie gerade. Während wir alle irgendwie im Urlaub waren, habt ihr es natürlich geknackt. Ihr wisst natürlich, wovon wir reden. 25.000, unser erstes Goal ist erreicht. Und ja, wir sagen einfach vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Genau. Das ist wirklich schon mal ziemlich cool. Ja, wir waren alle natürlich irgendwie weg über Weihnachten und so weiter. Aber es hat uns natürlich total gefreut. Ich weiß noch genau, wir waren, ich war irgendwie, meine Frau hat mir das irgendwann gesagt. Hey, übrigens hier, du hast gar nicht geguckt. So, ja, 25. Und ich so, ja, okay, super, cool. Ja. Nein, also wirklich, vielen, vielen Dank. Und das heißt natürlich, ja, es geht weiter. Nein, natürlich heißt es, dass es für uns schon mal wirklich ein toller Schritt ist hin dazu, dass wir diese Zeit überbrücken können bis zur nächsten Berlin-Con. Aber wir haben ja auch am Anfang immer gesagt, 25.000, das hilft uns auf jeden Fall schon mal. Aber natürlich hoffen wir, dass noch ein bisschen mehr zusammenkommt. Und deswegen gibt es jetzt Stretch-Goals. Es gibt jetzt Stretch-Goals, genau, damit es noch mal ein bisschen klarer ist. Die werden wir auch genau definieren. Die werden wir jetzt hier auch schon mal nennen. Und wir haben uns da überlegt für die Schritte 35.000, 40.000, 45.000. Und wir wollen natürlich alle mit euch träumen, auch für 50.000. Und ja, die ersten paar Stretch-Goals und auch das letzte, das werden wir jetzt euch schon mal sagen, damit ihr auch wisst, was geht. Ja, ansonsten könnt ihr es natürlich auch noch mal nachlesen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und ja, bei 35.000 wird es so sein, wenn wir das Ganze mit euch zusammen erreichen, dann kennt ihr ja vielleicht das tolle Format Brettspiel-Duell, was ja auf der Spiel-Digital ins Leben gerufen wurde und jetzt auch schon ja bei Better Board Games mit den guten Stefan und, und, und weitergeführt wurde. Und wenn wir es da schaffen, die 35.000 zu kriegen, dann werden ja Hunter, Krohn, ich und auch der gute Andreas dann als Rate-Team beim Duell dabei sein. Und da freuen wir uns dann natürlich schon auch drauf, dieses ja Hunter und Krohn-Slash-Berlin-Korn-Spezial im, ja, Duell dann mit euch zu erleben. Und dann seid ihr natürlich im Chat und werdet uns vermutlich nackig machen. Genau. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, die 35.000, die sind wirklich ganz in Reichweite, denn es kommt ja jetzt auch noch ein kleiner Batzen hinzu von den Leuten, die in unserem Gutschein-Shop, da haben auch einige natürlich ihre Gutscheine eingelöst, bei uns auf der Seite, wenn man einen Gutschein bekommen hat für sein Ticket, konnte man die gleichen Sachen ja auch bekommen. Und dieser Betrag, der ist quasi, der kommt ja noch dazu, zu denen, also wir haben die 25.000 ganz ohne das erreicht. Auf jeden Fall, genau. Und wir haben jetzt noch dazu gerechnet. Die werden wir jetzt sicherlich kurz nach diesem Update, also da gibt es dann nochmal einen kleinen Boost, auch an all diejenigen, die mir E-Mails noch geschrieben haben wegen Tickets und Gutschein-Sachen, die habe ich jetzt in den letzten Tagen auch noch beantwortet. Da solltet ihr auch eine Nachricht bekommen haben von mir, ansonsten da auch gerne nochmal nachhaken. Da läuft es an der Stelle so weit, wie es immer so ist. Natürlich ein paar kleine Kinderkrankheiten mit diesem ganzen Gutschein- und Umwandlungswahn. Also da bin ich unserem Ticketanbieter auch ganz dankbar, dass der sich darum kümmert und das läuft natürlich nie auch ohne Fehler ab. Also auch da nochmal vielen Dank für euer Verständnis. Und ja, wir waren jetzt bei 35.000, gehen mal weiter mit 40.000. Das könnte sicherlich auch noch möglich sein. Bei 40.000 haben wir uns dann gedacht, machen wir mal so ein Online-Meet-and-Greet mit den Leuten, die hinter der BerlinCon stehen. Also auch wir, wie der Hunter & Krohn, ich, der Andreas. Und wir versuchen da eigentlich auch mal, wir haben ja so ein BerlinCon-Helfer-Team, so ein freiwilliges Helfer-Team, was wir auch so im Slack haben. Da ist unsere erste Idee, dass wir dann vielleicht so einen Zoom-Call mit uns und den Helfer machen und wir diesen Zoom-Call dann quasi livestreamen und ihr denn im Chat seid und dass wir uns da über alle möglichen Sachen austauschen können. Natürlich über die BerlinCon, aber auch über einzelne Sachen und, und, und. Also ja, so ein Online-Meet-and-Greet werden wir dann bei 40.000 auf jeden Fall auf die Beine stellen. Und da ist zum Beispiel auch eine coole Gelegenheit für euch mal zu fragen, hey, was ist das überhaupt mit dem Helfer-Team, wie funktioniert das, wie macht man da mit, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und natürlich auch alle anderen Fragen, die dann, ja, noch eine Rolle spielen. Ich denke mal, wir werden dieses Meet-and-Greet dann nach, am Ende der Kampagne, also nach der Kampagne machen. Was übrigens der nächste Punkt ist, wir haben beschlossen, die Kampagne noch etwas zu verlängern und der Hintergrund ist einfach der, dass jetzt wir ja immer noch nicht die Entwürfe für die King of Tokyo-Monster, die sind ja immer noch nicht ganz fertig. Das ist auch ein Thema jetzt dieses Videos, beziehungsweise können wir das vielleicht einfach jetzt machen. Es gibt nämlich neue Entwürfe. Die hauen wir gleich mal rein. Auch zeigen, die blenden wir jetzt natürlich auch ein und ja, auch schon ein bisschen vorkoloriert und ihr könnt auch schon sehen, es sind auch einige coole Input-Sachen, die auch von euch kamen, auch schon umgesetzt, also angefangen von der Cap von Kronen, ja, die auf jeden Fall sehr wichtig war, um den Kronen... Und was viele auch nicht wissen, Badelatschen trägt Kronen eigentlich auch immer, wenn Videos gedreht werden, ja, das ist natürlich schon ein Thema, ja, das ist es. Und lackierten Daumenfingernagel, also ich glaube, das war vielleicht... Das ist, glaube ich, noch... Also auf jeden Fall, Kronen, muss ich wirklich sagen, gefällt mir schon, also King Kronen, Entschuldigung, ja, der gefällt mir schon richtig gut, die haben auch schon ein bisschen so den Hintergrund so ein bisschen angepasst. Also das ist wirklich ziemlich cool. Trotzdem, es ist noch kein finaler Entwurf, ja, wir haben jetzt auch extra gewartet, haben darauf selber noch kein Feedback gegeben, sondern gesagt, wir zeigen es euch jetzt nochmal und gerne könnt ihr noch Feedback geben. Noch mehr geändert hat sich bei dem guten Mecha-Hunter, ja, da gab es sehr viele auch richtige und wichtige Hinweise, zum Beispiel, dass eben die Augen, auch mein Mund war noch nicht... Das war noch nicht Hunter-Mein-Gene. Das war noch nicht dein Mund. Das war noch nicht mein Mund, ja. Und da hat er jetzt einiges gemacht, wenn ich sehe, auch die Brille war, das war auch so ein Punkt, die Brille war, glaube ich, zuerst so, war so eine komische Sonnenbrille, die... Ich habe noch nie eine Sonnenbrille getragen, ja. Das war nicht dein Style, ja. Ich habe halt eher so diese etwas, ja, wie soll man sagen, ich habe halt die Brille, die ich halt so trage, was soll ich machen, ja, so sehe ich halt einfach aus, ja. Auch die Haare, da bin ich am Ehren noch am überlegen, ob man das, da haben wir auch was getan, ja, könnt ihr mal gucken. Und eine Sache, die ich eventuell selber auch schon mir so überlegt habe, und da fände ich es richtig cool, wenn ihr auch noch Vorschläge machen würde, ist meine Pose, weil ich finde, beide Posen sind noch relativ ähnlich. Das stimmt, alle diese Siegespose. Ich finde, bei King Kron passt es sehr gut dazu, ich weiß nicht, Mega-Hunter könnte ja auch irgendwie... Ja, oder du machst diesen Iron Man-Strahl, du hast ja hier auch in deiner Foto so ein Beam. Ja, ich glaube, ich könnte irgendwie was anderes machen, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was. Hast du vor dem Spiegel schon geübt, in den letzten Tagen? Ja. Mega-Hunter-Posen, ja, also vielleicht könnt ihr da auch mal ein paar Fotos schicken. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er das komplett ändert, vielleicht nur die Arme, ja. Also wie gesagt, der Punkt ist auch der, wir lassen natürlich auch immer dem Künstler hier die Freiheit, wir geben ihm so ein paar Hinweise und wir gucken, was er draus macht, ja, letztlich... Wir wollen ihn auch nicht knechten, wenn er sagt, die Jungs haben uns lange genug genervt, so ist es jetzt, dann respektieren wir das auch. Aber nee, die sind natürlich auch immer davon aus, dass, ja, Feedback, gerade auch aus der Community von euch, was wir denn weitergeben, wurde bis jetzt auf jeden Fall positiv aufgenommen. Total, hat auch viel Spaß dabei. Und also ich finde wirklich, es wird richtig cool werden. Deswegen jetzt, also ich denke mal, das wird vielleicht so die letzte große Community-Feedback-Runde bis zum finalen Entwurf. Ja, und ja, bitte schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, und ich hatte diesen Dings gesagt, deswegen, weil wir jetzt erst diesen letzten Feedback-Runde haben, haben wir jetzt beschlossen, dass wir die Kampagne nochmal verlängern bis zum 31. Januar, also wirklich bis Ende Januar, weil wir natürlich gerne noch innerhalb der Kampagne den finalen Entwurf euch zeigen möchten. Ja, und natürlich habt ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsgeld übrig, dann könntet ihr das vielleicht auch noch in diese Kampagne investieren. Ja, also hier entstehen schon sehr schöne Sachen. Lass uns nochmal kurz zurück zu unserem Stretch-Gurt springen. Und da gehen wir jetzt nochmal, wir überspringen gleich eine Sache, ihr werdet auch mitbekommen am Ende warum. Wir sagen jetzt nochmal, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir 50.000 Euro schaffen sollten, also was ja dann sozusagen unsere, ja, dann träumen wir von euch quasi. Also jetzt schon manchmal, dann jede Nacht. Und da haben wir uns dann überlegt, 50.000, wenn wir das dann schaffen, dann werden wir auf jeden Fall schon mal, ja, ein erstes kleines Online-Event, sozusagen ein Livestream-Event machen übers Wochenende sicherlich. Der Termin, der wird natürlich da noch genau bekannt gegeben. Aber da, ja, wo wir sozusagen uns einfach bedanken, einfach so, ja, Programmen mit Let's Plays, wo wir vielleicht auch noch Verlage, Leute, Illustratoren, Designer und Einladen mit den Quatschen. Also ein schönes Livestream-Programm über halt zwei Tage, um so ein bisschen, ja, schon mal Berlin-Con-Feeling da vielleicht zu generieren. Genau. Also ich denke, es wird ein schönes Event werden, was uns allen hoffentlich die Wartezeit etwas verkürzt, bis es dann vielleicht wirklich im Sommer wieder mit echten Events losgehen kann. Und wir haben ja auch immer gesagt, ja, mit Online-Events, ja, es ist eine tolle Sache. Gleichzeitig sind wir einfach uns bewusst, dass das, was die Berlin-Con ausmacht, das ist schwer online umzusetzen. Deswegen haben wir ja auch keine, also es soll jetzt nicht die Online-Berlin-Con sein, sondern wir würden quasi mal versuchen einfach, was können wir vielleicht online trotzdem auch machen. Also eine Idee, die kam auch aus der Community schon mal. Wir könnten ja zum Beispiel ein bisschen Online-Brettspiel-Flohmarkt vielleicht irgendwie sowas mal ausprobieren. Thema Auktion. Thema Auktion. Also die Sachen, die auch irgendwie zur Bedingung gehören und die vielleicht online funktionieren, dass wir das gemeinsam mal ausprobieren. Und ja, wenn wir die 50.000 wirklich schaffen, dann auch, ich meine, so ein Event, das ist jetzt nicht einfach nur, dass wir ein Wochenende einfach Livestream-Kamera anschalten, sondern das würden wir schon richtig vorbereiten müssen, Programm erstellen. Also das wäre schon etwas aufwendiger. Aber ja, mit 50.000 im Rücken können wir das auf jeden Fall stemmen. Und dann ist das vielleicht sowas für März. Ja, aber das werden wir dann auch noch genauer sehen. Ja, und wer jetzt fleißig mitgezählt hat, wir sind quasi von 40.000 auf 50.000 gesprungen. Aber auch da wollen wir noch ein kleines Stretch-Goal reinsetzen, nämlich bei 45.000. Und was soll ich sagen? Könnte man sagen, uns sind die Ideen ausgegangen? Nein, wir haben vielleicht nicht weiter darüber nachgedacht. Oder wir wollten vielleicht auch nicht weiter nachdenken. Denn wir wollen euch auch hier an der Stelle nochmal die Möglichkeit geben, gerne in die Kommentare entweder hier bei YouTube oder Facebook oder wo ihr es auch seht und kommentieren könnt. Ja, was könntet ihr euch denn vorstellen als 45.000 Euro Stretch-Goal? Und ja, da geht es natürlich so in Richtung nicht irgendwie, wir wollen alle noch einen goldenen Broschel kriegen. Das wird schwierig, ja. So einen ausgestopften Alex. Oh, ja, den gibt es nur einmal. Und dann ist er auch ausgestopft. Aber vielleicht eine 3D-gedruckte Figur von uns. Das könnte man vielleicht so noch hinkriegen. Aber nein, ihr könnt ja da mal eure Fantasie schweifen lassen. Und vielleicht irgendwie wollt ihr uns nochmal in einem Live-Let's Play sehen mit dem Andreas, den man so wenig vor der Kamera sieht. Oder, oder, wir wollen da gar nicht zu viel euch beeinflussen. Schreibt einfach mal was in die Kommentare. Wir denken natürlich auch noch darüber nach, was wir irgendwie gut umsetzen können und lassen uns da inspirieren. Und ja, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was in die Kommentare schreiben könnt. Feedback zu den Hunter- und Kronenmonstern hier. Einfach, was könnte ein 45.000er Stretch-Goal sein? Und damit sich das natürlich auch ein bisschen lohnt für euch, wenn ihr so viel schreibt. Oh, es ist schwer. Es ist schwer. Haben wir hier noch ein kleines, ja, Spielepaket für euch, was wir unter all denen verlosen, die da kommentieren. Ja, und hier ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Genau, wir haben nämlich noch ein paar Sachen, die sind übrig geblieben vom Hunter- und Kronen-Adventskalender. Nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Und ja, wir haben nochmal ein hübsches kleines Spielepaket. Wie viele sind es? Sieben Spiele, ja. Wenn das keine Glückszahl ist. Ja, wenn das keine Glückszahl ist. Wir haben zweimal Hava dabei, also eher so ein bisschen Familienspiel-lastig. Ein Hadal-Projekt. Hier, was ist das? Ja, Star Wars Unlock. Also dafür alleine ja schon. Auf jeden Fall lustig. Auch ein Dreamscape, auch ein tolles, grüßend eher ein Kennerspiel. Und ein Mechaniker. Also ja. Eigentlich so von der Sache hier, also was für Spiele von der Art drin sind, kann man schon seine Mini-Sammlung starten. Hier noch ein Teamspiel, hier mal so ein bisschen Solo-Knobel-Spiel. Ah ja, genau. Team 3 habe ich jetzt gesagt. Ja, nee, eigentlich ein schönes Paket. Und das heißt einfach, alle, die kommentieren, sei es entweder zu Hunter & Cron Monster-Feedback oder die einen Vorschlag haben für ein gutes Stretch-Goal für 45.000, ja. Unter denen wird nochmal dieses komplette Paket hier verlost. Und außerdem hast du ja ganz vergessen, dass wir auch noch für alle was haben. Ah ja. Als Dankeschön für die 25.000. Wir sind ja noch nicht zu Ende. Wir wollten quasi Trommelwirbel. Und wisst ihr was? Wir packen einfach noch einen Kalender dazu. Kalender können wir auch dazu packen, ja. Natürlich, ja. Das Jahr ist ja lang. Und natürlich haben wir das nicht vergessen. Aber jetzt kommt so der Sound, den können wir ja noch einfügen. Den darf ich wahrscheinlich sogar noch einfügen. Ja, wir wollen natürlich nicht nur einfach auch so Danke sagen für dieses erste Ziel, die 25.000, sondern auch hier, wir haben ja auch im Vorfeld mit unseren Helfern und auch mit der Community so ein bisschen gebrainstormt. Und eine Sache, die ist da so aufgeploppt und die fanden wir schon irgendwie auch cool. Und die werden wir jetzt damit halt auch umsetzen. Unter all denen, die bei der Kampagne dann am Ende bis zum Ende sozusagen mitgemacht haben, egal ob sie ihre Gutscheine umgetauscht haben oder bei der Spieleoffensive mitgemacht haben, ja, da verlosen wir ein goldenes Badge-Ticket. Also ein All-Time-Favorite-Ticket, so nach dem Motto. Mit diesem Ticket könnt ihr jedes Jahr auf die Berlin-Con, also immer dann, wenn die Berlin-Con stattfindet. Sagen wir es mal so, wir müssen vorsichtig sein, wie sich das Weltgeschehen entwickeln mag. Aber genau, immer dann, wenn eine Berlin-Con stattfindet, kann man mit diesem goldenen Ticket auf die Berlin-Con kommen und hat damit sozusagen alle Vorzüge von dem höchstmöglichen Ticket. Ja, und das verlosen wir, wie gesagt, unter allen Unterstützern, also allen, die entweder auf der Spieleoffensive geplätscht haben oder ein Ticket eingelöst haben als Gutschein auf unserem Shop. Da kommt ja alle in die Lostrommel und am Ende der Kampagne werden wir da noch, werden wir da ein, ja, auslosen. Und ich sag mal so, es ist, finde ich, es ist eine richtig coole Sache übrigens, der, es gibt schon jemand, der quasi ein goldenes Ticket hat, ja, nämlich der Clemens Franz, der hat quasi dafür, dass er gerade am Anfang der Berlin-Con hat, der quasi mehr oder weniger unentgeltlich da die Logos beigesteuert. Und da haben wir ihm damals gesagt, okay, dafür als Dankeschön darfst du bis an dein Lebensende, bist so eingeladen in die Berlin-Con und ja, jetzt. Wobei er physikalisch noch kein goldenes Ticket hat und vielleicht schafft er das dann im Zuge auf wirklich physikalisch ein goldenes Ticket zu machen. Und es ist auch so, ne, ich finde es ja immer sehr faszinierend, diese goldenen Tickets sind schon toll, ja. Ich weiß, ich wollte immer beim McDonald's Monopoly, wollte ich auch immer dieses, dieses, diese, da konnte man ja auch gewinnen, dass man für sein Leben lang kostenlos beim McDonald's... Ich weiß nicht, ob das eigentlich eine Strafe ist. Ich bin ja auch nicht ganz sicher, ob das eigentlich eine gute Sache ist, ja. Also in unserem Fall kann ich das vollgehend unterschreiben, das ist eine gute Sache. Im Fall von McDonald's und Co., da ist ja... Es ist nicht gesundheitsgefährdend, auf die Berlin-Con zu kommen, genau, weil sonst wird sie nicht stattfinden, ja. Das stimmt, das kann man schon mal festhalten an dieser Stelle. Ja, und ja, wenn ich da eigentlich das goldene Ticket designe, dann mache ich mir einfach auch noch einen. Also nein, wir werden das Ganze nicht so inflationär behandeln. Wir hoffen natürlich, dass ja du jetzt oder wer auch immer das hier sieht, vielleicht sogar der glückliche Gewinner, Gewinnerin ist. Drücken wir da mal die Daumen, das machen wir dann, wie gesagt, ganz am Ende der Kampagne. Also verlängert bis zum 31. Januar, weitere Stretch-Goals, jetzt hier schon mal ein paar Updates zu den King of Tokyo-Monstern. Und ja, wie von mir gesagt, und das kommt auch noch, gibt es auch noch Update-Video zu den Promos. Da ist von den Verlagen jetzt auch immer noch ein bisschen mehr Info dazu gekommen. Genau, da gibt es also auch noch ein Info-Video dazu. Sollte euch da trotzdem schon noch mal irgendwas auf der Seele brennen, fragt auch gerne unter den Kommentaren. Jetzt ist ja auch noch ein bisschen mehr Zeit bis zum 31. Januar, sodass wir hoffen, dass da noch ein bisschen mehr Information rüberkommt. Und genau, ja und das war es jetzt für dieses Update-Video. Also nochmal vielen, vielen Dank für die 25.000. Wir sind jetzt ja auch wieder da, wir haben uns eben nicht nur mit den Stretch-Goals, hoffen natürlich, dass wir da noch was erreichen. Aber wir werden jetzt auch, es wird jetzt auch wieder mehr Updates geben und werden das natürlich auch versuchen, immer alles zu beantworten, was da noch so kommt. Genau, und ansonsten drücken wir euch einfach die Daumen, dass ihr gut hier durch die ganze Situation durchkommt. Ja, uns habt ihr jetzt schon mal echt viel geholfen, vielen Dank dafür und dann sehen wir uns, wenn alles gut geht, im Sommer wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.